Einen wunderschönen Freitagabend. Ich bin total beglückt. Hier sind die Handy-Tarife so viel günstiger. Wir holen jetzt für den Jugendtarif 27 GB und Spotify und WhatsApp und irgendeinen anderen Streaming-Kram noch kostenfrei sozusagen obendrauf. Für 19,90 Euro gibt es das. Das ist doch toll. Ich freue mich gerade total. Sehr schön. Und dann wollte ich noch erzählen, ich mache ja gerade meinen tollen ersten Online-Kurs, Wünsche werden wahr. Und es passiert so wahnsinnig viel gerade bei uns. Es werden gerade so viele Wünsche wahr. Also das funktioniert tatsächlich mit dem Manifestieren immer wieder. Ich bin immer wieder glücklich, beglückt, erstaunt bin ich nämlich gar nicht, weil für mich ist das ganz klar, dass das funktioniert, wenn man sich ein bisschen darauf konzentriert und genau weiß, wie es geht. Also wenn du auch wissen willst, wie das geht mit diesen Wünsche-Wünschen, das funktioniert tatsächlich. Dann komm einfach mal zu meinem nächsten Kurs. Ich mache den nämlich bestimmt nochmal, weil der echt, echt richtig gut ist. Ich wünsche einen schönen Abend. Bis denn. Tschüss.